Der Doktor, kann der nächste rein? Haben Sie ein Genso, Erkrankung mit der Papi? Haben Sie was zu leer und was hat Ihr an? Auf geht's an! Wollen Sie die optimalen Therapie? Nur als Privatpatient willkommen Sie sie! Die Mache nicht erst, das ist die Strategie! Doch wer mit Mache hat gekonnt, ohne feldliche Chirurgie! Versteh'n und erwischt'n, die Gürtel-Berbe, Ankrete, Gürtel-Berbe, gute Unfallfolge! Die Gürtel-Kürtel-Dich-Einbräsche-Dich-Einbräsche-Dich-Einstörungen Anomalie und der Gürtel-Dich-Einstörungen Wollen Sie die optimale Therapie? Wer war das? Nur als Privatpatient willkommen Sie sie! Sie war der Wücher, das ist die Strategie! Das Wer mit Mache hat gekonnt, ohne feldliche Chirurgie! Die Gürtel-Dich-Einstörungen Anomalie und der Gürtel-Dich-Einstörungen Gürtel-Dich-Einstörungen Alle sind die optimalen Themen, die sind nur als Privatpatient verkommet, die sind die. Die war für dich, das ist die Stadt, die sind die. Doch wer eine Branche hat, du kommst, ohne fernliche Probi, wollen die vier optimalen Themen, die sind die. Nur als Privatpatient jetzt bekommen sie die. Die war für dich, das ist die Stadt, die sind die. Doch wer eine Branche hat, du kommst, ohne fernliche Probi.